Dennis Malgir, was für ein Schlusspunkt? Was ging euch durch den Kopf bei diesem entscheidenden Moment? Ich war glücklich, dass das Spiel jetzt fertig war. Es war ein sehr strenges Spiel. Es war eng und sehr erleichternd. War es so eng, wie man es zwischen den beiden Mannschaften erwarten konnte? Ja, ich glaube schon. Beide sind recht gut läuferisch, gut Defense, gut Offense. Ich glaube, es war ein sehr gutes Spiel. Ihr habt auch noch etwas Blut in der Nase. Was ist passiert? Ich wusste, dass sie gegen mich etwas härter spielen. Aber ich habe versucht, es wegzustecken. Sehr wahrscheinlich bin ich am Schluss belohnt worden. Danke vielmals.